Die Reste der nächtlichen Kaltfront mit Regen und Sturm haben wir am Vormittag noch hier anhand dieser Wolken über München gesehen. Aber die haben uns auch diesen tollen pinken Sonnenaufgang beschert. Tagsüber gab es dann einfach nur jede Menge Sonnenschein und dieser Trend setzt sich auch am Wochenende fort. Denn wir in Deutschland sind zwischen den Stühlen. Wir haben zum einen hohen Luftdruck über Südeuropa, kräftige Sturmtiefs über Nordeuropa. Wir dazwischen in einer kräftigen West- bis Südwestströmung. Das bedeutet, es kommt milde Luft zu uns. Besonders im Norden ist es durch die Tiefausläufer wechselhaft. Im Süden, da ist der hohe Luftdruckwetter bestimmt und sorgt für ruhiges und freundliches Wetter. Und das sehen wir auch anhand der Niederschlagsprognose. Unter den Hochdruckgebieten ist es trocken. Die Tiefausläufer ziehen hier besonders über den Norden von Deutschland. Und so starten wir dann auch ins Wochenende. Rund um die Küsten ist es nass. Und dieses Regengebiet, das kommt im Tagesverlauf so langsam Richtung Mitte voran. Aber im Süden von Deutschland, in Bayern und Baden-Württemberg, starten wir trocken. Aber Richtung Nachmittag und Abend tut sich was. Rund um den Main gibt es dann zumindest ein paar Regentropfen. Hier werden die Wolken also im Tagesverlauf etwas dichter. Es beginnt dann zu regnen am Nachmittag und Abend. In der Südhälfte ist der Samstag aber nochmal ein sehr freundlicher und vor allem trockener Tag. Die Wolken werden von Norden immer zahlreicher. Aber besonders im Alpenvorland und an den Alpen ist es sehr, sehr sonnig. Hier stört meist kaum eine Wolke. Wir haben Höchstwerte von bis zu 16 Grad. Also definitiv ein Tag, um ihn draußen zu verbringen. Denn auch sonst ist es in Oberbayern trocken und freundlich bei verbreitet zweistelligen Höchstwerten. Und die erwarten uns auch in München. Hier gibt es viel Sonnenschein von früh bis spät bei Temperaturen von 14 oder sogar bis zu 15 Grad. Erst am Abend kommen hier von Norden so langsam die Regenwolken an. Aber selbst da haben wir um 20 Uhr noch zweistellige Temperaturen. Mild geht es dann auch am Sonntag weiter. Allerdings wird es mit stürmischem Wind dann teils etwas turbulenter. Die Temperaturen noch bis zu 16 Grad. Zum Start in die neue Woche wird es nur geringfügig kühler. Wir haben weiterhin milde Werte im zweistelligen Bereich dazu. Aber immer wieder Regenwolken, die über uns vorüberziehen. Und erst Richtung Wochenmitte tut sich was. Die Strömung dreht mal auf Nordwest. Das heißt, es kommt etwas kühlere Luft zu uns, besonders in den Frühstunden und in der Nacht kann auch mal Schnee dabei sein.